Hallo und Willkommen, mein Name ist WergenonChumpway und heute klären wir die Frage, lohnt sich Wilmonic? Wilmonic ist ein Spiel von Bloodshon Soft und außer dass sowohl der Ersteller als auch das Spiel selber ziemlich komische Namen hat, die man erstmal 3-4 mal üben muss auszusprechen, bevor man ein Video dazu machen kann, ist es gleichzeitig noch ein Survival-Crafting-Game zusätzlich mit dem Faktor, bitte beachtet das Ökosystem und alles wird gnadenlos aussterben. Dementsprechend also nicht gleich sofort abschalten, denn vielleicht ist es doch mal neues Futter, was mal neuen Wind reinbringt in dieses ganze Survival-Crafting, er hat schon wieder gesagt, Zeug, aber bevor wir uns ganz kurzer Blick ins Optionsmenü und da sehen wir schon mal hier ist nicht besonders viel und vor allem mitbekommen habe ich einen Game Maker erstellt, dementsprechend schon mal nicht so schön, dass viele Optionen sind, aber okay für ein 2D-Spiel soll das gerade noch so ausreichen, Subpixel-Animation, also wo sehr fette Pixel haben, wie wir im Hintergrund sehen, sehen wir auch, dass dann die Animationen recht geschmeidig ablaufen und nicht Punkt für Puppet auch logisch und falls das Spiel mal abstürzen sollte, können wir sagen, ja bitte sende dem Entwickler zu, was passiert ist und dann kann er das fixen. Ansonsten immer noch Soundeffekte und Musik frei einstellbar, die übrigens, die Soundeffekte sind relativ rudimentär, aber die Musik ist relativ angenehm und chillig. Ansonsten hier vor allem die Größe einstellbar, indem man hier einfach versucht Zahlen einzugeben und dann hofft, dass es für einen genau passt. Ausprobieren. Nicht, nicht unbedingt die tollste Lösung. Einfach ein Zoom, zweifach, vierfach Original-Auflösung, irgendwie sowas, wie es in anderen Pixel-Spielen gemacht wird, wäre da ganz schön, aber okay, gut. Wir schauen einmal rein, kreieren eine neue Welt, mit Medium, die ist noch relativ überschaubar. Meine Welt heißt, wie jede Welt bei mir heißt, Bob und wir schalten das Titel mal aus, dass ich nebenher alles in Ruhe erklären kann und nicht so daran hänge, was mir das Titel sagt. So, wir drücken Pause und sehen schon, okay, für ein Crafting-Game erstmal. Hm, sehr komisches, wir haben hier ein nahezu quadratisches Spielfeld, haben hier dann noch sehr viel Platz für, hm, irgendwas. Das liegt allerdings daran, dass das Spiel gleichzeitig auch für mobile Geräte entwickelt wurde, dementsprechend, gerade wenn man zum Beispiel auf einem iPad spielt, was immer noch 4 zu 3 ist, ist das hier dann perfekte Auflösung und daran wurde sich orientiert. Auch in den Tutorials liest man immer wieder, äh, das sind die Maus-Controls für Touch-Devices. Hm, 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 hm. So, und was sehen wir hier? Wir sehen erstmal unsere Spielfigur, die wir auch ein wenig anpassen dürfen, so wie wir gerade lustig sind. Im Aussehen, Farbe, Gesicht. Ja, okay, werden wir jetzt mal so rum, sieht ein bisschen derpy aus, aber was soll's. Wir haben hier unsere Aktionen laufen, was wir auch mit der Maus, sprich Touch-Steuerung erledigen können. Wir können Dinge greifen, wie zum Beispiel diese Pilze hier in das Handsymbol gehen und dann mit der Leertaste klicken und erstmal ernten. Eine der ersten Dinge, die wir in diesem Spiel hier tun sollten. Dann gibt es die Möglichkeit zu observieren. Hier zum Beispiel sehen wir schon mal unseren ersten Animatroid. Das, was auch Ziel des Spiels ist, wir haben einen Animatroid am Anfang. Die sollen sich am besten vermehren, weiterentwickeln und immer mehr und verschiedene Spezies werden. Der ist noch in dieser wunderbaren Box gefangen, aber den lassen wir gleich frei, wenn wir ihm den richtigen Lebensraum zugewiesen haben. Aber vorher einmal noch kurz Pilze wieder einpflanzen, denn wie schon gesagt, wir müssen auf das Ökosystem achten und die grünen Pilze vermehren sich zwar am Anfang noch sehr, sehr unkontrolliert und grausam, so wie sie wollen. Das ändert sich dann allerdings auch wieder ganz schnell. Ansonsten haben wir die Möglichkeit, das Spiel zu pausieren. Das ist immer wieder mal relativ wichtig, um sich hier ein wenig anzugucken, zumindest auf dem aktuellen Screen, was eigentlich Phase ist, denn hier hinten sehen wir schon, das sind so eine Art Zombies am besten zu beschreiben. Wenn die uns töten, werden wir selber einer von denen, das allerdings nur für kurze Zeit. Ansonsten gibt es auch die Möglichkeit, sich wieder mit verschiedenen Items zu generieren und zurückzukommen. Allerdings jedes Mal, wenn sie uns töten, werden diese Phasen länger und schwieriger beherrschen. Dann gibt es das Notepad. Hier sehen wir, was genau wir eigentlich so alles zu tun haben, um verschiedene Achievements zu erreichen. Zum Beispiel Experiment with New Looks. Also einfach ein bisschen hier mit rumspielen oder eine gewisse Menge an Pilzen sammeln. Alles sowas eben die aktuelle Population. Da bin ich bei 0 und wäre auch noch kein. Nächster Punkt wäre das Crafting-System, das am ehesten wahrscheinlich so Richtung Terraria, nicht ganz unbedingt jetzt Minecraft. Wir haben zwar hier unten vier Felder, die wir auch in der richtigen Reihenfolge anordnen müssen, also zum Beispiel die Pilze hier schnappen, können wir entsprechend alles in Holzbretter umwandeln. Wird das jetzt gerade eben so schlau oder nicht, sei mal dahingestellt. Alles hätte ich vielleicht nicht unbedingt umwandeln sollen, aber naja, im Prinzip darauf basiert das Ganze. Bisschen was mehr, gehen wieder in das Crafting-Menü und schauen dann mal, was könnten wir denn machen. Zum Beispiel diese Blöcke, Fiberite Blocks. Dazu brauchen wir erst mal die Fiberite Boards und anschließend noch gelben Fungus. Den haben wir aktuell nicht. Wir haben nur grün und grau, bedeutet hier, wir können jede Variante benutzen. Dann wird das Rezept hier unten entsprechend ausgeführt und man kann craften, wie man eben schon gesehen hat. Und das gilt von Grundmaterialien über Blöcke, um sich kleine Behausungen zu bauen oder eben Abgrenzungen von der bösen bösen Zombie-Welt. Denn gerade das Mauern bauen, um seine eigene Herde hier zu beschützen, ist relativ wichtig im Spiel. Aber dann auch später zu Kisten für mehr Inventarplatz, denn anfangs sind wir zwar recht gut ausgestattet, aber auch das müllt sehr, sehr schnell zu. Design-Objekte, Türen und natürlich Werkzeuge in verschiedenen Farmen, Formen, Wertigkeiten, Lustigkeiten, Blödigkeiten und so weiter. Aber gut, fangen wir doch endlich mal an. Sinnvollen, drücken wir da auf Play und schieben unseren Animatroid in die Nähe von Wasser und schauen am besten drauf, was er genau wird. Ja, okay, okay. Doppelklick, öffnet die Kiste und wir haben unser erstes Lebewesen, dem wir Schutz befohlen sind. Und da sehen wir jetzt schon, okay, hier unten Masse, Metabolismus, Flexibilität, viele andere Dinge, die man so auf Anhieb nicht versteht und wo vieles einfach nur durch Rumprobieren passiert. Das Tutorial erklärt zwar zumindest die grundlegenden Funktionen, allerdings auch nur in dem Sinne, okay, so funktioniert ein Survival-Spiel. So crafte ich, so mache ich dies, so mache ich jenes, so setze ich Blöcke. Das, was man halt eben auch erwarten würde, aber auch nicht sehr viel mehr. Und okay, der ist gerade am trinken. Sehr gut. Hm. Am einfachsten zu vergleichen wäre das Spiel wahrscheinlich mit Echo, was ja ein 3D-Crafting-Survival-Zeug ist, wo man ebenfalls auf seine Umwelt achten muss. Und gleichzeitig auch ein bisschen mit Xenobloom, was ja eher so eine Art botanischer Zen-Garden ist für den PC, wo man dann einfach sein eigenes kleines Höhlenreich sich zusammenklickt, wo es auch keine wirklich Relevanz gibt, was man da eigentlich macht oder nicht. Man probiert einfach rum. Übrigens dazu auch ein schönes Video hier auf dem Channel. Ansonsten ist das im Prinzip der Code-Gameplay-Loop. Wir haben hier die bösen, bösen Zombies. Wir sollten anfangen, uns irgendwann mal irgendeine Form von Waffe zu craften oder zumindest irgendwas, womit man verteidigen kann und sei es auch nur eine Axt. Dazu gehen wir diese Rezepte hier Schritt für Schritt für Schritt für Schritt durch, indem man fleißig gräbt. Dann schaut, was wollen wir nochmal genau haben. Wir wollen genau haben die Axt und dafür setzen wir ein unsere kleine Schaufel und dafür setzen wir ein... ähm nein, nicht die Schaufel. Zuerst müssen wir hier mit Boden erstellen und damit wiederum hier reinsetzen, hier reinsetzen und können jetzt eine Axt erzeugen. Und so geht es dann entsprechend immer wieder weiter und weiter und weit. Man fängt an sich kleine Behausungen zu craften, wie zum Beispiel auch ein Tiny Build oder Tiny Craft oder ähnlichem, aber gut. Können wir dich hauen? Wir können dich hauen. Und zum Matsch verarbeiten. Yay! Wir haben unsere Anime-Metroids gerettet und wie man schon sieht, die sehen alle ein klein wenig anders aus. Wenn wir sie jetzt observieren, in die Pause dafür gehen, dann jedes sieht so ein bisschen anders aus. Alle haben so verschiedene Vorlieben und Nachteile, wo sie genau aufwachsen müssen, quasi auf ihren Geburtsort an. Und dementsprechend, wenn man die Spielwelt verändert, dann werden Spezies aussterben, andere werden dazukommen, so wie man das eigentlich auch erwarten würde. Und zusätzlich, man kann die Kreaturen auch teilen, wie man hier oben anhand dieses Codes sieht. Die ist einzigartig für die Kreatur. Das heißt, hier sieht man es auch schon in Export und Share. Kann man mit anderen Spielern das, was man kreiert hat auf Basis der Welt, die man hier mit seinem Charakter erschaffen hat, mit anderen teilen. In dem Sinne also schon mal ein Crafting-Game, das Prinzip hier erstmal nicht so viel neu macht im ganzen Sinne von Crafting. Wir müssen hier... Hallo Drohne, du hast nichts für mich, weil bei mir noch nicht alles ausgestorben ist. Haha! Es erfindet jetzt das Rad wirklich nicht neu oder ähnliches, sondern besinnt sich auf Altbewährtes, das in einer 2D-Umgebung. Kämpfen, mehr oder weniger rudimentär. Craften, mehr oder weniger rudimentär. Und Dinge aufbauen, auch mehr oder weniger rudimentär. Nur eben der zusätzliche Aspekt, dass man hier jetzt noch Kreaturen hat, die es zu beschützen gilt vor fiesen, fiesen Zombie-Monstern hier. Das hebt das Ganze so ein bisschen ab. Und jetzt die Frage halt, wer möchte das spielen? Auf jeden Fall Leute, die vielleicht mal wieder irgendeine Form von neuer Herausforderung beim Crafting brauchen. Zum Beispiel halt, endlich mal. Jo, äh, es sind gerade Leute ausgestorben. Das ist schade. Wer zum Beispiel genau sowas eben am Leben erhalten möchte. Äh, oder Leute, die vielleicht sowas wie Eco suchen, denen das aber zu hektisch war, beziehungsweise einfach eine entspanntere Variante davon suchen. Generell irgendwie, es ist so ein Mittelding für Leute, die jetzt nicht das ganz Extreme suchen, wo sie dann wirklich hardcore auf ein Ziel hinarbeiten müssen, sondern ein bisschen entspannen. Die aber trotzdem eine leichte Survival- und Creative-Verausforderung suchen, wo sich auch jede Entscheidung, und sei es einfach nur sowas wie ein Loch zu buddeln, tatsächlich auf die Spielwelt auswirkt und damit auch auf die umherwandernden Kreaturen. Was so ein Loch nicht alles anrichten kann. Und damit würde ich sagen, was ist das für dieses Video? Mein Name ist Verganon Chumpway. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 bin Facebook, 2017